Ja, machen wir. Oh nein, ich komme hier nicht raus! Hier! Seite einkloppen! Auf Y! Schönen guten Tag! Hallo! Geht doch gar nicht wie Wichser! Y gedrückt halt in deinem Reden, du Horst! Das war jetzt so. Aber ich war gerade nicht mehr in deinem Reden. Hallo! Aha! Geht doch, scheiße! Geht immer noch in die Fettigklasse! Komm, Alter! Ein Bauer sucht Frau, Alter! Sorry, sorry, Photoshop! Was? Stop talking, man! How old are you? Older than you! 14! 16! Ich bin 12! Ich bin 12! Ich bin 12! Ja, ich bin 12! Ja, ich bin 12! Ja, ich bin 12! Kann kommen, wer will alt! Ich habe eine blaue, Alter! Ich habe auch eine blaue M4! Ach, du hast gar nichts! Du hast die Hosen voll, ich rede von einer Pistel, Alter! Weil er hat eine blaue M4, Alter! so wie so wie photoshop alles wird ich hab drei grüne doppel läufiger das können das können sie alle kommen sagt denn das und er das überlebt lecker schmack auf was ja jungs hier ist nix mehr so pralliales so pralles pille palle arschgewelle geile dreck so sich geschwingert kann doch nicht dann vorliegen ist da bock oder was schon ein bisschen na ja jetzt dg du hast schon mit mir redest noch mal noch mit ja können wir mal machen wo einmal trocken rein wo ich bei dir ne ich bei dir ja ja so wie so wie photoshop oh yeah oh yeah es sind keine kisten steffen aus hier hast du noch einen hast du zwei so wie so wie photoshop so wie so wie photoshop so wie so wie photoshop so wie so wie so wie so wie so wie leid so wie t valor So weit laufen? Nö Kommt hier hoch, kommt hier hoch Ich brauch von hier aus den Top Eine Brücke Eine Brücke wohin? Ins Todesmeer Hast du denn auch genug Materialien oder eher nicht so? Ja ich bin fürsorglich Nice Diggy Ja mach ruhig kaputt du Affe Wer? Momo Er hat voll Schiss Guck mal Ja wir auch, wenn wir hier runterfallen sind wir broke Diggy Er schreit da voll rum Zeig uns mal einen Trick, was wir haben Oh fuck Oh beide Oh der WT ja Momo, danke Omo nimmst du das Kid mit? Ja nehm ich mit Und einmal hier drunter kloppen Hier müsste noch eine sein Hä? Buck to the enemy Ich hab ne Schnieper Ladies and Gentlemen Ich hab noch kein M4 nix, nur ne Schnieper Ich kann dir ne M4 geben Ich kann dir ne Pumpe geben wenn du willst Ich will gerne eine Sniper haben Hm Jaaa Lässt sich drüber reden Das haben sie ja noch im Angebot Jaaa Nichts Kanaten Ne Ja hier komm komm hier Genau wo Na was denn? Hä? Wer hat sich denn jetzt meine Knarre geknallt? Ja bestimmt der Wichser hier alter Ne Hey drop me Hey 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 du Affe Äh jetzt hab ich keine M4 alter Ja der haut auch ab alter Warten Wichser Okay Report Report Der ballert doch mit der da rum Guck mal Na ich weiß alter Ich wollte die Ich wollte die gar nicht weglegen Ich wollte eigentlich die AWP weglegen Ah ah Wollte grad sagen alter Wolltest du mir doch die AWP legen Ja komm ich leg sie dir Aber der muss weg Der muss verschwinden der Typ Ja mach einfach schnell Lass fallen Habe ich die Hä? Was hast du denn für ne Waffe? Äh äh Armbrust Pumpe Und Pistol Ja gut äh Ich kann dir nichts besseres bieten gerade Reicht mir Beteil 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 Alles gut reicht Hab ich schon Jungs Alle rennen da drumherum Ja deswegen hab ichs jetzt gesagt Bevor ihrs noch 5 Minuten unter dem Kreis rennt und reingang gesucht Dagi 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 Style Dinge Dinge Ling Ich hätt beschossen alter oder? Das war der Spast Boah ich hasste sowas Warte mal wie heißt das? Hydrool Schreibs dir auf Warte mal ich hab hier nen Stift Wo ist der Zettel? So machen wir da ganze Report Okay Aha Leer? Ah hier ist leer Digga Ja ich bin hier jetzt überall drin gewesen Hat da noch Sniper money? Ah ich hatte ein bisschen was ja Ich hab noch was ja ja wo bist du? Hier 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 Bitte aufpassen was anderes Ja come shot come shot Achja Warte der soll sich verpissen da Na soll sich verpissen da? Ne oh hier wirds halt der geht mir grad voll auf den Sack ey Mach einfach schnell ich drück durchgängig Ja Perfekt danke Perfekt danke Doggy 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 style Das war hier hochgegangen Mal ein bisschen ausschauen Ja der Sniper geh auch Ah ja Armohr Sniper hochgedeckt Ja ich weiß aber ich wollte eigentlich mit ne M4 snacken aber irgendwie Hier ging es wohl auch gebaut Ich kann das sehen Oh schön Eine Pumpe war hier noch Ah hier ist sonst nix mehr Alles broke Seht jemanden? Alles broke Mane 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 Da müssen wir locker noch welche rotieren werden Alter sind noch viel zu viele Leute am Leben Ja Ich brauch ne M4 Alter ich will die Armbrust weghaben alter Sag mal raff dir jetzt nicht oder was? Die Armbrust weghaben was soll ich das denn? Ey ist scheiße Digi Enttäuschung mach komm her Nein egal lass Komm Alles gut Wir müssen immer 10 Meter laufen, um überhaupt mal irgendeinen zu... Hier sind Granaten. Hier war irgendeiner. Er ist so ein Huch und so, er haut mir die Treppe unten ein, alter. Na, ach so, Digga, du hast was gedacht, das wäre der Wickler da gewesen, was ich da war. Ich dachte, du wärst so weit weggekommen, weil er mich abgefuckt hat. Weil er mich abgefuckt hat. Ja, der gibt's auf den Sack, alter. Ey, Jungs, habt ihr hier einen gesehen, oder? Nein, ich hab gar keinen. Du bist jetzt noch gar nix. Oh, jetzt sind noch 24 Leute. Vollmal so viel in 40, oder nicht? Jo, stimmt, von paar Sekunden noch. Das ist richtig krass, ne? Sobald die Zonen rotieren, Alter, ist vorbei. Ja. Ich geh mal hier in meiner Business... Oh, Digi! Die nehm ich doch mal mit hier, alter, mal auf ganz diskret. Lass uns mal zusammenbleiben. Gerade hier so in Städten und so. Warte mal. Ach komm, Alter, ich ne Armbrust mit, alter. Mit der geht besser rein. Ich bin so gehypt hier, alter. Hier ist noch ne Truhe. Hier ist noch ne Truhe. Ja, hier ist noch ne Truhe. Naja, ich weiß noch, wo die ist. Ich auch. Das ist mein Haus hier. Oh Gott, Kevin, Herr Truhe, alter, er ist direkt weg. Klar, Truhe da, zack. Und ich hab ne Waffe. Was die Armbrust? Hast die noch? Ne, die ist da oben an der Truhe. Hey. Welche Truhe denn? Hm. Ja. Wo bist du, alter? Hey, da, gegenüber von uns. 20 Grad. Left side, left side. Ich seh, ich seh, ich seh. Der ist irgendwo hier vorne ein AirDrop. Oh, er schießt! Lass ihn, lass ihn sterben, lass ihn sterben, lass ihn sterben. Da hinten kommt noch mehr, da hinten kommt noch mehr. Von Kevin in seinem Haus. Wo ist Kevin, wo ist Kevin, wo ist Kevin. Neue Bude sind hier welche. Ja, ja, das mein ich doch. Die und die vorne sind noch welche. Oh, ey, er verrät uns volle Pulle, alter. Ey, der hat ne Sky, yo. Ey, bei dir, bei dir, Kevin. Der ist jetzt so viel geballt, oder? Ey, wieso fallen wir die Kunde? Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Hinter mir, aufpassen. Oh, lol. Ich bin Notfall. Ich bin Notfall. Ach,五, eins. Ich bin Notfall. Guinness, Notfall, ich bin Notfall. Ach, scheiße, Hier. Außer, das ist unsicher, hier. Warte, Momo. Das ist komfort. Ich hab, ich hab den Verband, alles reicht. ich spreng die dahin einfach weg die pumpe würde ich haben hier nimm dir das kipp mit oder was ich nimm es mit kommt der verbranche jungs 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 weg 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 ist einer ist cool dass ich mich alleine lasst ich bin noch da steffen ja total hier vorne ist einer der schießt gerade auf euch kommt weiter nach vorne mein freund du hast sofort ein headshot hängen also einer zumindest noch einer scheiße von der seite der auf dem anderen auf dem dach ja genau war zu war zu direkt auf dem dach da warte bleib stehen momo direkt weg hier direkt weg einer habe ich noch gemacht wartet 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 ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe das ist der große versuch mal ein bisschen weiter weg zu gehen damit er noch mal nach oben geht von links kommt auch noch was vom wald nein 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 fick dich von wo denn alter von dem anderen hausdach ja da hinten auf dem berg links rechts da genau naja hab ich gesehen der ist in der zone ach ich hab voll die dings erwischt weg 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 der ist immer aus seinem haus zwei leute oh hier von oben von der seite digga geh runter geh runter geh runter geh runter ja digga lass los nasen bluten ja machen wir oh nein wir kommen ja nicht raus hier Seite einkloppen einen habe ich geheadshot ja äh jungs ja wo bist du da wo ihr gerade wart einer kommt bei mir einer kommt bei mir warte mal ja auch da hin doch nee das da und da da noch einer hinter dem ja genau da fuck hinter uns auch hinter dir geweckt weg 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 die von hinten auch wie viele sind das ober auch kontoren sind die hier hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn nee ihr seid im kreis geht weg was sind wir? da oben noch mehr alter da oben ja hier sind noch mehr hot up oh ne leckerne überniss da einfach steffen gib gas alter ich habe alle gefickt Kevin hier ist noch einer hab ihn ja nice alter oooooh wo sind denn oben auf dem tor waren oder wer ich hab den gesehen Mist, Alter, jetzt hab ich... Da kommt noch mehr, Kevin. Von oben. Ja, ich kann nicht. Ich muss mich verbinden. Hab ihn! Headshot im Lauf! Digger, hast du es gesehen oder was? Ich bin grad bei dir am Gucken. Ja, man war übertrieben. Alter! Oh mein Gott, ich bin schon wieder am Zittern. Hä? Wieso komm ich nicht da hoch? Ah, jetzt. Kevin, das sind die letzten, oder? Nein. Äh, die heilen sich, Alter, da oben. Ja, schieß ein, die Butze. Rechts von uns ist einer, oder? Ich hab kein Fahrenkreuz mehr. WTF? Was ist jetzt los? Den ja, den kenn ich mir im Bug. Null. Ja, ist ein Bug, ich weiß nicht warum. Okay, wenn da oben ist einer. Ficken! Ah, jetzt hab ich wieder eins. Kevin ist nicht so riskant, ne? Das ist ein Werbe. Hab ihn wieder. Nice, Alter, nice. Ja, kill ihn. Kevin, drei noch. Die sind da hinten drinne. Einer steht doch direkt vor dir. Ja, der muss doch vor Kevin stehen. Jetzt hab ich doch kein Fahrenkreuz. Kevin, einer muss vor dir sein. Jo, hab ihn angehitet. Hab ihn angehitet. Ja, pscht. Da ist er. Scheiße. Scheiße. Nice, Mann. Cool, cool, cool. Headshot. Nice, Digga. Einer noch, ne? Einer noch? Kevin, wo bist du? Hier. Oh, jetzt bitte. Oh mein Gott, Junge. Mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Jungs, Alter, wenn ich das jetzt hole, ey, dann hab ich euer Respekt, Alter. Aber 100 Pro, Alter. Okay, warte, ich mach mal an den Drop. Oh, lecker, warte mal hin. Oh nein, ich werd angestoßen. Kevin, bei mir. Hab ihn. Headshot. Wie viel Kills? Digga, ich hab alles auf Band. Wie viel Kills? Neun, Alter. Neun fucking Kills, Jungs. Oh mein Gott, Kevin. Ich bin am 10 NS, fuck, Digga. Er hat ja auf alle gefickt, Alter. Oh mein Gott. Digga, ich will jetzt noch so eine Runde sehen, ne? Da, noch zwei Tage bis Season 3.